Bitte sei besser. Bitte sei jetzt besser. Oh, hat er die umgebracht? Ist das Blut? Kann ich laufen? Kann ich nicht. Streicheln. Aber ich bin allzu familiar mit der Dunkelheit. Also, glaub mir, wenn ich sage, dass in Zeit, es wird dich in so tief, dass du keine andere Wahl, als zu schrauben. Du hast deine Entscheidung gemacht. Und du wirst es bezahlen. Jetzt nur Zeit wird sagen, ob es schon zu lange für dich ist, Vincent. The question is, what happens next? This is exactly what makes men so weak. In their fleeting vanity, they always seem to fight the wrong demons. Tell me, is this all just a game team? A source of amusement? Or have you perhaps chosen this path out of necessity? Psychologics? Oh, warte. Hä? Kann nichts dafür. Was war das denn jetzt schon wieder? Okay, wir merken einfach, Cutscenes nicht laut machen. Cutscenes muss man lesen. Gut. Was ist das genau das, was Männer so schwach macht? In ihrer vergänglichen Eitelkeit scheinen sie immer gegen die falschen Dämonen zu kämpfen. Sage mir, ist das alles nur ein Spiel für dich? Eine Quelle der Belustigung? Oder hast du diesen Weg vielleicht aus Notwendigkeit gewählt? Gott, bin ich froh, kein Headset zu haben. Kannst du auch sein, Lörker? Also, ich, ich, es kitzelt noch ein bisschen nach, sage ich mal so. Ich würde ja eigentlich sagen, es ist nur ein Spiel, aber ganz ehrlich, überleben muss ich scheinbar bei dem Soundbalancing schon, also. Ja, ich, also, ich, wie so laut? Vor allem habe ich noch gerade gesagt, dass die noch lauter sind als die anderen. Oh. Oh. Ah. Ich suche nach nichts, das ist sowieso alles bedeutungslos. Gibt es tatsächlich ein Ziel, das mich antreibt? Bin ich jetzt emo oder nicht? Ich bin nicht emo. Oh, darling, your thoughts are yet unfledged, but then so are you. Before we finally begin, let me ask you this. If you were given a choice between facing reality with all its hardships and being trapped in a pleasant, everlasting dream, what would you do? Es ist ein Ohr, ist das so? Oh. Was, die Realität wird überwört, gib mir den Traum. Nein, ich will die Realität. then so it shall be. Ja, gib mir die Realität. Ich mag grüne Augen, du machst mir keine Angst. Es ist nur komisch, dass hier auch grün ist. Hahaha. Das ist Realität, das ist Normalität. Einmal hier in alles drin. Come on. Weg. What the? Ich bin mir nicht sicher. Das passt jetzt, oder? Also wir, ich stelle gar nichts um. Außer es zu laut. Aber ich, Cutscenes lasse ich so. Okay. Klicken sie auf? Ja. Ja, und was mache ich dann? Ja, 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 ja. Klicken sie auf. Ja, 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 ja. Ich habe schon mal so was gespielt. Lockpicks. Die will ich haben. Erstmal angucken. Das sind meine Lockpicks. So funktioniert die Spür und Klick. Ja, hast du auch endlich verstanden, Tani, ne? Hier lernt man was. Ich will das da haben. Okay. Das war alles, ja? Muss jetzt der Katze hinterher oder kann ich auch hier lang? Ich kann auch da lang. Ich kann hier aber auch der Katze hinterher. Er läuft so lustig. Oh, da kann ich auch hin. Schuh. Ja, hallo. Angucken. Hallo. Hallo. Dann nimm mit. Besser haben als brauchen. Okay, keine Katze. Der Stil ist so... So... So Friend Bow in Light. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe Angst, dass das voll böse wird. Oh, Süßi. Oh, ich will ihn haben. Ich habe Lockpicks. Ich verstehe überhaupt nichts. Wo bin ich und was ist hier los? Hör zu, ich habe jetzt nicht wirklich Zeit für eine Rettungsmission. Warum hat er dich überhaupt eingesperrt? Ja. Doch, vielleicht bist du böse. Oh, ich habe Angst, dass ich hier ein paar Sachen achte. Und der Psycho schützt meine Gäste. Es gibt keine andere Reise. Beside ihm zu sein, das ist es. Ich werde dich nicht schützt. Nichts, ich kann dich helfen. Aber du musst mich erst aufhören. Oh, okay. Ich werde dich raus. Ja, danke. Dieser Lundinz hat sich irgendwo hier zu sein. Du kannst ihn leicht erkennen. Schau dir eine große Maschine aus Schrank. Aber bemerke. Du kannst dieses Spiel so spielen, wie du willst. Aber vergiss nicht, all deine Handlungen haben Konsequenzen. Warum ist der Mond böse? Die Sonne verbrennt. Die Sonne brennt. Das ist böse. Der Mond ist... Der ist für die Ebbe und Flut. Und das ist gut. Das brauchen wir. Der Mond ist lieb. Stehen, betrügen und Verwüstung anrichten. Du bist dein Dieb, richtig. Hilf, kooperiere und bringe Dinge in Ordnung. Wie ein guter Junge. Folge den Wegweisern auf eurem Weg aus dem What-Ever-Land. Ich muss das What-Ever-Land nennen. Gucken. Ich frage ihn erstmal, warum der eingesperrt ist. Warum liebe Leute auch Cheese. Ja, das frage ich mich auch. Aber komm, nimm ihn mal in deine Hose. Okay, hallo. Harold. Hallo, Harold. Ähm. Hast du einen Moment? Wer bist du? Ich habe dich nie gesehen. Habt ihr aus dem Skye? Habt unsere Gäste endlich mein Talent erkannt? Ich... Ich glaube nicht. Ich möchte nur die Karte, die diesen Kabinett öffnet. Kannst du es mir geben? Give it to me. Dann don't waste my precious time. I need to finish the helicopter as soon as possible. But I can't find a rudder. Wieso mein Steuerknüppel haben? Ja, okay. Wenn ich einen Steuerknüppel für dich finde, gibst du mir dann den Schlüssel. If I find you a rudder, will you give me the key? I'll think about it. I really need this rudder though. Aber die Sonne ist gelb, gelb ist gut. Team Gelb. Gott. Nicht schon wieder. Team Lila. Team Lila, da war der Mond drauf. Ich habe ein paar Fragen. Wer ist die Göttin, von der du sprichst? Ich. Ja. Nitwit. Warum baust du ein Helikopter? Warum baust du ein Helikopter? Zweite Personik. Ich liebe die Animationen. Also, ich finde, ich finde die, die sind so eigen. Ich werde gehen. Auf geht's. Sie, äh, couldn't have been an actual Wish, right? Maybe she dosed me with some weird stuff. And this is all just a hallucination. At this point, I sure hope it is. Ich will mit dem Roboter reden. Der ist süß hier. Hey, Robot. Hey, Robot. I'm not a robot. You are. I'm not a robot. You are. Okay. Now I get it. Hast aber schnell geschafft. Now you get it. Boah, der will einfach nicht mit mir. Boah, der verarscht mich. Hey, Robot. Hey, Robot. I'm not a robot. You are. I'm not a robot. You are. Okay. Now I get it. Okay. Now you get it. Willst du vielleicht mal... Also, den Hai hier... Äh, wo ist kein Hai hier? Willst du den haben? What now? Did you finally get my rudder? Okay, scheinbar nicht. Seltsames Haus. Looks like something out of a slavic fairy tale. The hut on chicken legs, was it? I wouldn't risk going inside. Okay, wir haben... Can I go further here? Good. Where's that then? Okay, we have that there. Who puts a station in the middle of a junkyard? What did the robber say to the clock? Hands up. Heh, heh, heh. Der ist nicht mal lustig. Also, der ist halt echt nicht mal lustig. Hä? Very minimalistic. I like that. Colors are overrated anyway. Wow. So ein Hater. This needs a lever or something. Oh nein, kein Hebel. Nein, es ist Resident Evil. And there's a lever missing. Just great. Ja, was mach ich jetzt? This will hold my weight, right? Should have done Kiro after all. Du noch eine Diät, ja, na klar. Und wie krieg ich jetzt... Also... Hä, jetzt... Weg, du sollst da rüber. Ich kann natürlich auch die Lockpicks benutzen. Aber ich will ja ein guter Junge sein. Kann ich nichts mit dem scheiß Schuh machen? Wofür hab ich den Kackschuh? Ich raste gleich aus. Gib mir den Kackschuh nicht mehr. Und das kann ich da jetzt mitmachen? Ich kann doch gar nicht... Hallo? Jetzt gib mir... Ich rede erst mal mit dem anderen nochmal. Ich nehme doch die Lockpicks. Ich habe keinen Bock, ein guter Junge zu sein. Da muss man viel mehr arbeiten. Nicht doof. Bin faul. So, hallo. Kann ich einfach dir... Komm, gib mir den Lockpick und mach auf. Aber ich habe halt nur einen Schuh. Bist du einen Schuh? Schuh lebt vorbei. Wow. Okay, ich peile nur nicht so ganz, wie das Spiel funktioniert. Ich gebe es zu, okay? Hand. Ja, aber... Lass mich... Hallo. Nein. Warum kann ich das immer noch? Ja, ja, jetzt geh weg. Ich habe ja jetzt gar nichts mehr. Also, ich habe ja jetzt wirklich... ... einen Schuh. Und einen Lockpick. Ich müsste den halt... Kann ich den einfach K.O. hauen? Nein. Nein. Nein, ich will nicht mit dir... Lass mich in Ruhe. Ich bin ja jetzt schon verantwortet. Hallo? Jetzt... Die Musik macht mich auch kürre gerade. Die macht mich aggressiv. Ich habe nur Sachen zum Angucken. Ein Steuerknopf. Das ist John? Was ist... Das ist John? Der war vorhin aber noch nicht da. Dann komme ich noch nicht da. Eddie Watson, ja wirklich. Auf den Steuerknüppel, den du da gerade hältst, werde ich jetzt langsam verrückt. Wie meinst du, damit das nicht deine wahre Gestalt? Ja, kommt. Es bringt deine echte Natur aus. Ich glaube, ich kann Glück sein, als ich gesehen habe, Menschen in schreckliche Kreaturen zu werden oder für die Eternität enden. Es ist einfach wirklich John Watson. Ich brauche diesen Rutter, den du behältst. Warum brauchst du ihn? Oh, du gehst es zurück zu diesem unkulturellen Fanatik, oder? Ich gebe es dir nicht. Warum willst du den Steuerknüppel nicht dem durchgeknallten Typen geben? Gute Frage. Warum willst du nicht, den Rutter zu diesem verrückten Mann zu geben? Er hat meine Poetrie superfischend und präsentiert. Kannst du das vorstellen? Das ist das, was er bekommt, um meine Kunst zu verbrechen. Du solltest ihm das erzählen. Okay. Bist du dir sicher, dass du mir den nicht geben kannst? Stopp. Shit, ich brauche den Käse. Äh, außergewöhnlich spezifisch. Selbst er ist ein Künstler. Ich möchte dazu nichts sagen mehr, ne? Alle sind Künstler. Hallo Alicia, was mit der Musik ist? Ja, was soll mit der sein? Entschuldigung, ich bräuchte vielleicht den Käse, damit ich da einen Steuerknüppel krieg. Nein. Äh, nein, aber ich habe ihn gefunden. Hallo, New Moon. Oh, wirklich? Well, woher ist er denn? Eine große Raven hier hat deinen Rutter. Eddie? Ah, ich wusste, dass ein bretentieses Lachen von einem Poet, der versucht, mit meinem Plan zu versuchen. Was hast du aufwarten? Du gehst es! Ja, ist auch gerne im Fuß. In Ordnung, ich werde schauen, was ich machen kann. Wo ist denn die Steuer? Also holen die halt selbst. Ach so, das war die... Ach, ach so. Was soll ich denn machen? Mann, ich kann nicht den Mond klicken. Ich kann nicht böse sein. Ich weiß, ihr seid enttäuscht von mir, wenn ich lieb bin, aber ich kann nicht böse sein. Ich kann ja anfangen... Also ich kann ja nachher böse sein. Ich brauche den Käse. Nein, ich brauche den. Ich brauche wirklich diesen Käse. Für dich. Ich brauche ihn, damit ich den Steuerknüppel für deinen Helikopter bekomme. Glaubst du das? Boah, ganz ehrlich, ich bin gleich nicht mehr lieb. Ich hatte eine Vision. Die Allmächtige Göttin sagte mir, dass ich den Käse nehmen muss, um den Steuerknüppel zu finden. Ich kann nur nicht nach dem Steuerknüppel suchen, wenn ich gerade verhungere, oder? Ne, die Göttin. Ich habe eine Vision. Ja. 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 Ja, du solltest die Kunst des Rabens wertschätzen. Nicht wirklich, aber sie wollte ganz klar, dass ich den Käse nehme. Oh ja, sie sagte mir, dass sie sehnsüchtig auf dich wartet. Du musst den Käse opfern, damit ihr endlich zusammen sein könnt. Ja, okay, sie wartet, sehnsüchtig auf dich. Smooth Operator. Bloody Cheese? Der ist blutig. Schlaf und Möhrchen träumen, was schön ist. Ich hoffe, deiner Lulu geht's gut, ne? Persuade Herald will give you his cheese. Okay. Give me your cheese. Man muss einfach nur schleimen, dann kriegt man, was man will. Hier, okay. Ich bin aber auf der Seite des Raben. Ist das ein Rabe? Ich bin immer auf der Seite des Raben. Herr Rabe, ich habe den Käse. Ja? Gib Käse. Gib Schuh. Gib Schuh. Aber das Französisch schon stinkt. Sehr gut. Gib Schuh. Das ist das neue Gipfote. Gib Käse. Du wolltest Französisch stinken? Ich bin mir nicht sicher, ob es Französisch ist, aber es riecht definitiv so. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob es Französisch ist. Aber es riecht definitiv so. Fair enough. Du wirst wissen, wie ein starvende Artist. Ich gebe dir das. Hier. Take the runner. Danke. Aber bevor du gehst, musst du absolut mein neues Poem hören. Ted, wir hören seine Kunst. Äh. Okay. Ich schreibe aber gerade noch eine schlechte Wertung. Okay. Mein Freund. Es ist noch nicht fertig. Also, ähm. Ich würde mich eine zweite Opinion empfehlen. Hallo, Thorndiver. Lulu. Er geht nie wieder, Lulu. Ich gehe nie wieder mit Lulu, Lulu, wenn ihr jetzt eine schlechte Bewertung schreibt. Es ist wunderschön und das meine ich so. Willst du die ganze Wahrheit hören oder lieber nicht? Langsam verstehe ich, warum dieser verrückte Kerl sagt, deine Pose sei oberflächlich. Wenn ich ehrlich bin. Null Ahnung von Kunst. Ich glaube, es war ganz nett. Es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Ja. Ich war tief berührt. Endlich. Ich wusste, du bist ein Mann der Kultur. Eine Frau, aber ja. Ich wünsche dir Glück auf deiner Reise, mein Freund. Hä? Wie ein Lügner? Es war wunderschön. Ich bin tief berührt davon. Also. Nur weil du keine Kunst verstehst, Dominik. Pff. Wo sah ich die Katze hin? Hallo, ich habe den Steuerknüppel. Ich habe ihn von einem riesigen sprechenden Raben, der dich verachtet. Ich habe ihn von einem riesigen Tarkin-Raven, der deine Gute liebt. Alles klar. Die wichtigste Sache ist, dass ich jetzt endlich mit meinem Helikopter enden kann. Ich habe nie gedacht, dass ich es sagen würde. Aber ich bin sehr dankbar. Was kann ich für dich machen? Gib mir die Key von diesem Kabinett, und wir sind einfach. Alles klar. Du kannst es. Nur bitte, bitte. Beide mit diesem Charlatan. Ich werde sicher. Good luck. Tief berührt wurde ich lange nicht. Wow. Egal. Wisst ihr was? Ich habe jetzt zum... Ich habe zum ersten Mal Horizons Namen richtig gelesen. Zum allerersten Mal. Habe ich Horizons Namen richtig gelesen. Ich habe davor immer auf der Hälfte aufgegeben, weil ich immer Horizons Arena gelesen habe. Danke, Horizon. Es hat auch wirklich viel gefordert von mir, das geschafft zu haben. Ich bin auch sehr stolz auf mich, und ich möchte gerne jedem danken, der mich bestärkt hat und es mir ermöglicht hat. Ja. Nur noch böse... Ich war ja gar nicht böse. Ich war bisher nur lieb. Können wir den Vogel Mr. Raven nennen? Locker? Nein. Wirklich, das Horizons Name war immer für mich ultra schwierig. Ich weiß auch nicht. Äh, jetzt habe ich den Schlüssel, jetzt kann ich den aufsperren. Warum habe ich Lockpicks, wenn ich den nicht nutze? Ich hätte den Hebel auch für... Ja, Horizons viel besser jetzt. Ich habe halt immer nach Horizons dann aufgegeben. Das hat mich jetzt erleuchtet. Danke, Horizons. So ist es definitiv leichter. Ja. Das ist eine blöde Fee. Bekommen wir eine neue... Ja, ich würde lieber den Raben als Fee nehmen. Tatsächlich. Äh... Vielleicht sollten wir damit beginnen, dass du mir sagst, dass es zum Teufel hier los ist. Ein weiterer Irrer. Ja, erzähl mal. Vielleicht sollten wir mit dir erzählen, was hier passiert. Was passiert hier? Du bist richtig. Let's get out of here and I will answer all your questions. I'm sure you have plenty. Sure. Lead the way. Nein, Horizon ist toll. Horizon ist toll. Hätte ich den Steuerknüppel auch als Hebel nutzen können? Was mit dem... Nein, okay. How convenient. I hope he didn't need that. Okay, es gab nur einen Weg. Okay, ich dachte schon. Ist wohl doch nicht so splittig. Horizon ist wunder toll, aber so lange verschiedene Wörternamen sind immer so schwierig. Wir sind einfach nicht schlau genug. Kann ich den mitnehmen, den Roboter? Hey, Roman. Okay. Okay. Schlafgut, Sebi, träumen was Schönes und nicht in den Stall kacken. Sonst gibt's Ärger. Also, bitte geh spazieren, wenn du mal Lulu musst, ja? Hallo? 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 Nein? Hallo? Nein? Hilfe? Wieso kann ich sie nicht anklicken? Okay, das ist einfach ein bisschen linkser. Linkser davon. Hallo? Jetzt? Boah, das war... Let's get out of here. Let's laugh, Sebi. Wie toll, was Schönes. Okay, dann gehen wir jetzt. Wir fahren jetzt. Let's go. Kannst du dich daneben flattern? Na, will you tell me what's going on? I'll try to keep it short. You did something to upset Beatrice, didn't you? Well, the thing is that she's an ancient and powerful witch. So she sent you here, to a place where she throws away stuff she doesn't need, or people she can't stand. It exists in some kind of a weird loophole or whatever, so nobody can get in or get out of here themselves. Also, time works differently here, so nobody ever dies. At least not physically, if you know what I mean. So, people don't age here? It's just your soul that gets wrinkled, not your face. That's not too bad. I'll stay here. Hey, there are shoes. What happened? Oh, it happens all the time. What do you think this bucket of rocks is here for? I don't know. I don't know. Irgendwas... Oh, what's that? I can't... I can't do anything with that. There? The thing is, this place... The thing is, this place has been sort of worst time. And when they get into their nicees, which we all have plenty of, they begin to transform in different ways. Yeah, I already talked to a bird. Is this why you have ghost legs? Bingo! Some of us get used to the changes. But I don't fancy becoming an actual ghost at all. And the worst part is that you can't predict these things. It just happens. Or doesn't. Have you ever seen a baby pigeon? Because I haven't. Isn't that weird? Maybe. They're sacrificing them to some pigeon guard. But then, why haven't they all died out? Questions? Questions? Can I ever here hinwerfen? Nein? Kann ich da hinwerfen? Warum kann ich nicht da hinwerfen? Muss ich die anwerfen? Achso, okay. Okay, alles gut. Alles gut, okay. Hey, hört auf jetzt! Nein! Boah! Trolle! I tried to steal some fancy necklace from her. Thought she was just a lonely crone with a fortune. Not an actual witch. Why would you do that? I'm a thief. That's what I do. Well, you better not steal anything here. Don't forget what I told you about this world bringing out the worst in people. This is ridiculous. Maybe they'll know what's going on. Come on, these are just cheap. How rude. Let's go, Philip. Um, you were saying something about getting out of here. Oh, right. I already told you that nobody can get in or get out of here themselves. But there is, in fact, a way to summon Beatrice and graciously ask her to let us both out. Keep talking. A long time ago, Beatrice left a spell to the first inhabitants of this world, which allowed them to summon her. But humans are greedy bastards, so everybody wanted to have it for themselves. In the end, they tore it into pieces and each of them took one. Everyone thinks it's just a legend. But I know, the spell exists. We just need to get all seven pieces. That's funny. I could have crossed this ravine without the cable car. I keep forgetting that I can fly, you know? No. I don't. Alright. So what's the catch? There's no catch. You see? I'm not very well liked here for completely unknown reason. given my charming nature. Also, my semi-ghost situation keeps getting worse. That's why I need your help. Are you in? I am. I knew you were the one to get me out of here. I find it unsympathisch. Oh, and, uh, one more thing. Does this place have a name or something? Ah, sure. It's called Whateverland. Whatever, what? Whateverland! Good, that it's not loud. Who is she? I love her. I love her. I love her. Is she a vampire? I love her. I love her. She's pretty scared of these things. If anyone asks, it's a pass for me. Ich mag den wirklich nicht. Äh! Er? Oh. Ich meine, sieht gut aus, nämlich trotzdem. Nämlich trotzdem. Ich habe nichts gemacht. Boah, ich habe so die Hoffnung gehabt, dass das jetzt cooler wird und nicht mehr so dieser alte... Also, also dieser abgefuckte Stil. Okay, wie gehe ich? Nach unten? Okay, einfach nach unten klicken. François, ich mache dich sehr, äh, François meine ich. Hallo. So? Ich meine, du bist alive. Oh, du bist hier neu, richtig? Niemand kann in whatever Land. Sadly. Really? I already told you nobody can die here. Were you even listening? Oh. Yeah, you did tell me that. It's just not every day that people jump off bridges right in front of me. Don't worry. You'll get used to it. I wouldn't be so sure. Actually, Nick has a point. After a couple hundred years, you get used to the craziest things. A failed suicide will seem trivial soon enough. So, are you okay? Is anyone? Wait. Don't answer. Sorry. I don't know why I said that. Sounded way better in my head. I always say stupid things like that. Anyway, it depends on what you mean by okay. Physically, I'm more than okay. Which honestly sucks. And if you're asking about my mental state, I don't think I was ever okay to begin with. Some people just aren't made for happiness, I suppose. We tried to stop feeling sorry for yourself. And just be happy with what you have. I see. If you knew what I was talking about, you wouldn't be so ignorant. Sorry. But I'm not gonna try to prove anything to you right now. I've given that up long ago. I'm sorry. I'd like to be alone if you don't mind. Oh, der regt mich auf. Sure. Der regt mich auf. Ich hab keine Empathie für Videospielcharaktere. War auf zu jammern. Okay. Warum ist da eine Waffe? Wie man eine Schlinge bildet. Was? Ein Riffel auf der Wand. Let's hope it never goes off on its own. Ist doch egal, wir sterben noch eh nicht. Ich weiß nicht. Just thinking out loud. Oh, okay. I should probably get used to it. Was ist das? Gift. Was ist das? Tabletten? Ne, ne, der versucht sich selbst zu vergiften? Also, selbstmordgefährdet zu sein, wenn man nicht sterben kann, ist, glaube ich, sehr frustrierend. Ich glaube, das ist sehr frustrierend. Hat er sich auch versucht zu verbrennen? For some reason, looking at fire always made me nervous. Was he poisoning the rats or... Ne, du, also... Bookshelf. Bin ich gut, Bookshelf. Das gute deutsche Bookshelf. Ich kann da nicht draufklicken. Hallo? Jetzt. Someone has a nice taste in books. Someone has a nice taste in books. Ja, aber was steht da denn? Was he poisoning the rats or... Was ist das? Was there a parrot? Or a cannery? Or maybe even a goldfinch? Ich nehme mal den roten Faden mit, ja. This is how you become a champion. Das verstehe ich nicht. Kann ich noch mal mit ihm reden. Frossoire, komm, das war doch nicht so fies gemeint. Frossoire? Er will nicht mehr mit ihm reden. Ich glaube, ich habe es bei ihm verkackt. Aber das ist okay, er bei mir auch. Er hat so getan, als wäre er eine Frau. Ist das ein totes Faden mit einem Butterfly-Tattoo? Ja, es ist. Ja, jetzt wissen wir, wo die Oberfläche der Faden ist. Das war eine Schade. Äh, okay. Äh, 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 äh. Vincent. Das war ein Schade. Vincent. Er redet auch nicht mit mir. Die reden alle nicht mit mir. Warum? Warum reden die nicht mehr mit mir? Kann ich da durch? Nee, ne? Geh halt hoch. Auf, die reden gleich wieder mit mir alle. Ich habe bestimmt irgendein schönes Seil für ihn oder so. Eine Bar. Let's go. The Arabesque Bar. I hope they have alcohol-free options. Nein. Nick, there you are. I haven't seen you in weeks. Did you miss me? Louis. Who's that with you? This is Vincent. He just got here, so don't mind this whole lost puppy look. Vincent? Meet Fida. The owner of this place and the most charming lady in whatever land. Charmed. I'm sure I don't look like a lost puppy, Nick. You do, actually. But not like a sad, beaten dog. At least your face doesn't make me want to adopt you. Right. But I quite like this low-key, angry puppy look. You could say I already adopted him. No, you didn't. I'm not a dog. Yet. If you don't mind, I'll leave you to discuss your relationship alone. I have other customers. The ones that actually pay. Don't think I forgot that you owe me, Nick. But they're not your favorites, are they? Ugh. Vincent, let's get to the table, shall we? Mhm. Cthulhu! Uh! Was? Ähm. Chet, ich glaube, ich habe Drogen konsumiert. Versuch, die käferartigen Kreaturen zu töten. Wait! Stop! What do you think you're doing? Äh, tut mir leid. Es kam nur alles etwas unerwartet. Sorry, that just was a little unexpected. You really need to get a hold of yourself, Vincent. Töldigung! These are the Bukashers. A long time ago, they built this fancy prison for us. But we're friends now. And these particular ones have chosen you. Have chosen me? You heard me. They are your team now. Judging by the look on your face, you're not a teamwork kind of guy. But don't fret. They're professionals. Professionals at what? At playing Bell and Bones, obviously. You could say that it's a game we play here. But it's not just a game. It's an essential part of any whateverlander's daily existence. Here, let me show you. Was? Relange zusammen mit dem Ball auf die gegenüberliegende Seite des Spielfelds und schieße ein Tor mit einem... Was mit einem? Der Löffel. Verteidige deine Löffel gegen gegnerische Angriff. Was? Fängt den gegnerischen Bukash mit Hilfe von Wurzeln an und macht ihn für eine Runde bewegungsunfähig. Was ist das denn hier jetzt? Schieb Bukash ist zwei Felder in die gewählte Richtung. In der Glibberschleimzone ist die Bewegungsreichweite um die Hälfte reduziert. Was? Verteidigt zwei Löffel auf einmal. Was? Nicht dein Glückstag, wir haben für dich gesorgt. Sammle überall den whateverland Garnknurl und beschwöre die Katze darauf, um das Spiel sofort zu gewinnen. Klicken sie auf einen Bukash, um ihn auszuwählen. Und wählen sie zunächst Bauwerk. Welchen denn? Den da, okay. Wählen sie Bauwerk, okay. Geh ihn ja den Ball zu klauen. Wählen sie Wurzelwerk. Gib mir Ball. Mein Ball. Werfen wir nun einen Blick auf die Fähigkeit ihrer Bukash. Wählen sie zunächst Bauwerk. Um eine Fähigkeit zu nutzen, klicken sie auf das entsprechende Symbol in der unteren rechten Ecke des Bildschirms. Klicken sie erneut darauf, um sie abzubrechen. Aktivieren sie nun die Fähigkeit, indem sie auf das Symbol rechts neben der Sanduhr klicken. Toller Job. Die Fähigkeit vom Bauwerk ist ein Förderband, das jeden Bukash und zwei Wälderfelder vorantreibt. Du kannst es benutzen, um dich selbst voranzubringen, den Gegner zu überrumpeln und viele andere Dinge werden kreativ. Jetzt machen wir etwas Platz für Wurzelwerk. Jetzt wo Bauwerk weg ist, können wir sie immobilisieren. Wählen sie Wurzelwerk. Um die Runde zu beenden, klicken sie auf die große Sanduhr in der rechten unteren Ecke. Der gegnerische Netzwerk hat eine Flasche mit Glibber fallen lassen. Er ist klebrig und so, dass sich die Bukash in Reichweite der Fähigkeit nur halb so schnell wie sonst bewegen. Bewege Wurzelwerk, damit du den Ball wegspielen kannst. Um den Ball zu passen, klicken sie auf das Ballsymbol in der unteren rechten Ecke. Links neben der Sanduhr ein erneuter Klick darauf riecht die Aktion ab. Und um den Ball weiterzuspielen. Ja. Bukash mit dem Ball in die gut markierte Zone direkt vor dem Löffel bewegen. Ich bin sehr uneins, was wir machen. Wir machen den großen und wir den kleinen Löffel. Das müsst ihr unter euch ausmachen. Ich bin sehr verwirrt. Ich muss jetzt allein spielen. Nee, das wollte ich nicht. Ich teile die ein bisschen auf, aber bleib, was ist da? Achso, die Bombe. Nee. Wie weit ist denn der? Das ist ja gar kein Problem jetzt. Okay, der sollte den Ball kriegen. Du machst die Wurzel da drauf. Okay, du kannst die Wurzel noch nicht. Pass den Ball. Und dann gehst du darüber. Warte mal, wie weit kann ich das machen? Shit, ich kann nicht mehr. Wie kann ich Rückgänge machen? Gar nicht, ne? Schade. Das ist jetzt natürlich blöd. Ich stelle mich da vor. Ich wollte den eigentlich aus... Weg machen. Oh. Zwei. Mann, ich kann das nicht weg machen. Hallo? Wieso geht das nicht? Wieso kann ich mit dem nichts machen? Wieso kann ich nicht? Das geht nicht. Okay, gar kein Problem, ja? Wir wurzeln den da fest, weil der nervt mich. Weil der ist schnell. Finde ich nicht gut. Du? Gehst du da weg? Ich muss irgendwie... Ich geh an die Seite. Shit, da kriegt er mal... Der kriegt den Ball nicht. Das ist gut. Aber der kriegt... Die haben alle cool da und ich hasse die. Die sind kacke. Der ist halt jetzt wieder frei. Ich seh da oben nix. Wie krieg ich den angeklickt? Nein! Och, du solltest da nicht hin. Oh Mann, ich hasse diese Steuerung jetzt schon. Bewürf ihn. Okay, jetzt hoffe ich einfach, dass der nicht da dran kommt. Nicht wurzeln, bitte. Ja, dann ist er einfach. Ach so, ach so, jetzt verstehe ich was. Oh mein Gott. Links. Das ist ja, also... Das ist ja eine Wissenschaft. Ich dachte, also ich dachte, wir spielen Point and Click. Kein Strategiespiel. ies. Das ist ja, auch viel. Wir sind jetzt, bis zum Beispiel. Vielen Dank.